So, jetzt geht's wieder weiter mit Assassin's Creed over PlayStation 3. Wir müssen das Dorf verteidigen. Und oben müssen wir runter. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab, beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsieht sind. Wie ihr wünscht. Ups. Nee, 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 nee. Ja, wie kann man hier runter? So, Kampfmodus. Jetzt drücken sie L1, um den Kampfmodus zu aktivieren und zu verlassen. Ja, ja. Los! Ich bring euch zur Strecke! Ja! 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 Ich komme mehr! Hm. Schau! Oh, oh, oh. Oh, oh. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Oh, okay. Also nach oben, oben, oben. Geht auf diese Plattform, Altair. Heide, gebt zurück, was ihr gestohlen habt. Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiterzulichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange bis eure Festung von innen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten die Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Ah! Mein Bein! Ah! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Ich bleibe zurück und kümmere mich, Umi. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Pfahle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Okidoki. Wie sind die Fallen aus? Hier müssen wir hoch, oder wie? Dann drücken Sie und halten Sie A1 und X. Dann bewegen Sie den Linken auf die Wand und klemmen Sie ihn. Dann bin ich erlös. Dann bewegen Sie. Dann bin ich und deshalb herum青en Ich Handy. hop no 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 yeah Achso. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... Fern vom Fleisch, Unschuldiger. Ich weiß. ...und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr denn den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lass Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlung. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Das schmerzt mich. Wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Alter, ihr. Oh! Oh! Okay. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe? Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Ja. Ich kann mich nicht mal umziehen. Ich mache es gar nicht, wenn Sie vor den Gefangenen meiner Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man ist in Subordination. Und ich mache es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlands nicht. Aber ich bin klug genug, Sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätschen. Wenn Sie ihn zu hart Raum nehmen, soll er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Die Dusche können wir also nicht benutzen. Sonst haben wir hier auch nichts. Das ist vielleicht der Ausgang. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Na und. Wenn er da lang geht, dann kommen wir vielleicht da durch. Nein, 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 nein. Hm. Hm. Achso, das war das Bett. Der nächste Morgen. Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wenn ich heute töten werde. Seien Sie nicht zu anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Dann, let's go. Noch mal rein. Er hat gesperrt, gesperrt, gesperrt. Können wir anfangen, Desmond? So, okay. Ich kann eine Fischung machen. So, dann fortsetzen. Haben Sie vergessen, wie es geht? Wählen Sie eine Erinnerung im Menü vor Ihnen und fangen Sie an. So, wir sehen uns. Erinnerung gesperrt, 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 gesperrt. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen, jemanden von einem Dach stoßen oder ein unauffälliges Attentat durchführen. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielst ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Alter, ihr, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts wahr und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein. Jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch aber von heute an. Werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Okay. Die wurden deklariert. Waffe verloren. Wurtschleid verloren. Alles verloren. Okay, wir sind da auch nur Vize. Aber... Hm. Friede sei mit euch, Altaïr. Ihr steht mir im Weg. Ja. Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber... Ich muss meinem Befehl foltern. Beeilt euch. Ja. Ihr haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja. Beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Bei Eiterum. Und jetzt geht es eigentlich um ein paar Schritte. Woog. 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 Verrascht. Woog. 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 Nein, 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 nein. Da sehe ich aber hier auch eine Bank in der Nähe. Ist das die Bank? Das ist eine Bank, die Bank. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Almor Lim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich leuchtet er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ich finde den Korbflechter. Aber dann gute Idee. Schöne haben wir einen Arme in dem Was. Ich finde den Korb war ja. Es ist sehr wohl in der Grund. Ich finde den Korb, der Ölg guckt. Ich finde den Korb und der Ölg. Ich finde den Korb. Ich finde den Korb im Schwerbe. Wie lang? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Jo, okay, klaut. So, was jetzt? Hier müssen wir hoch. Sorry. Das war nicht so hoch. Wer wird sich noch verletzen? Wir sind gleich. Aber Männer wie Al Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masjaf. Durchschaut seine Lügen. Verrückten von Masjaf. Schlechte dreht sein. Ich schlage ihn. Aus und schlag sie ihn. Unser Winn zu bringen. Musik Genug! Genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind! Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Was? Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Danke schön. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden? Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit neun Namen drauf. Neun Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Neun Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafiq von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Okay. Wenn ihr das für das Beste haltet. Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Hier nochmal eine versteckte Kämmer. So, Sekunde. Fang 1. Erinnerung. Neue Waffen. Beigeschaltete rechts. Schwert. Oben. Was schreckt die Kämmer. Können den Hof trainieren. Hä? Schon wird er mit dem Unsinn aufhören. Ne. Alter ihr. Mich denkt meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Hm. Ja. Warsch. quot Er… Du… A. Ach. Eben, sehr schlecht ist. Ach. 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 Zwerg eines Meisters. Zwerg eines Meisters. Ihr seid beschäftigt, ich verstehe. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Hören Sie mich auch. So, wir müssen runter. So, wir sind zu weit unten. So, so, so. So, was ist denn das da? Okay. Lol. Jetzt hier auch noch placken. Da oben ist auch noch einer. Das tut er denn. So, so. Hmm. 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 Geh! Ups, sorry, 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 sorry. Ah, ich hab mich auch erschreckt. Ah, hier haben wir eine Karte, ja, eine Karte. So ein Königreich. Das ist für uns hier. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part, weil ich gerade sehe 40 Minuten wieder. Ähm, ich wünsche, naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Nicht vergessen, das kann man auch ein Däumchen hoch runterlassen. Und morgen reiten wir mit unserem Pferd zu, äh, dieses Dingbombsgedance. Also, zum Königreich. Yo. Ah, yo. Peace Morgen, tschüss. So you meant the world to me.